Hallihallo bei Conny Canarias. Ja, wo sind wir hier? In der Sita. Wir gehen jetzt aber nur zum Essen. Und zwar hier oben zum Marco Polo. Denn da ist es immer gut. Und dort werden wir ja auch von meiner Freundin bedient, von der Laura. Das ist die Chefin. Und wir sind ein ganzes Grüppchen heute. Und später gehen wir dann noch woanders hin. So, ja, wir sind heute ein großer Drup und schauen wir mal, was wir dann alles hier so bestellen. Aber die Sachen sind ja hier immer lecker. Oh, der Fensterputzer ist da. Ja, ja. Gut, sehen wir wieder was. So, hallo Sonja. Hallo. Und das Schwesterchen. Und die Regine. Und der Hartmut. Hallo. Und Kai. Und Antje. Und der Herr in Bund. So, wir haben jetzt schon mal bestellt. Und ja, wir haben jetzt schon mal was zu trinken hier. Und lasst uns jetzt überraschen. So wie immer. So, hier haben wir jetzt. Was ist das denn, Regine? Erzähl mal. Also gebackener Käse mit Marmelade. Und Hans Carpaccio nehme ich an. Das sieht auch lecker aus. Und das ist Broschetta. Und hier haben wir eine leckere Focaccia. So, was haben wir denn da leckeres in Sahnesauce? Fleisch-Orioli. Das sieht richtig gut aus. Mit ein bisschen Schinkendraum. Sehr gut. Sonja, was hast du da? Ja. Das kommt hier. Genau, das ist schon da. Und das ist Känguru in Seezunge. Keine grüne? Känguru. Ah, Känguru-Seezunge. Echt? Ist aus dem Meer gehüpft, ja. Känguru-Seezunge. Und hier nochmal das Gleiche. Ja, lecker. So, und hier haben wir nochmal die Tortelloni Marco Polo. Das ist ein Rumpelstilzchen. Und das da drüben. Nimm doch mal bitte die Kamera. Kameramann, nimm mal bitte die Kamera. Oh, das ist Hühnchen mit Knoblauch, gell? Ja, das ist gut. Ja, das ist richtig lecker. Ist gesund und macht einsam. Ja. So, dann. Buen Provecho. Guten Appetit. Buen Provecho. Hast du auch schon was gelegt? Ne, ich hab noch nichts. Nein, fangt an, fangt an. Kommt schon. Gracias. Buen Appetit. Gracias. Und das sind meine Chipirones. So, jetzt fangen wir aber an. So, wir hatten einen schönen Abend. Es hat lecker geschmeckt, wie immer. Und jetzt gehen wir ein Haus weiter. Und zwar gehen wir zu Luki und Tine. Aber da gibt es dann ein extra Video von. Macht's gut und bis bald. So, hier nochmal ein Blick zur Machbar. Ja, die Machbar immer noch ohne Dach. Aber das wird sich demnächst auch ändern, weil irgendwann muss ein Dach drauf. Klar, ohne geht's nicht. War nochmal ein kurzer Nachtrag. Und macht's gut. Bis bald. War nochmal ein kurzer Nachtrag. War nochmal ein kurzer Nachtrag. Vielen Dank.